Tja, die schlechte Nachricht ist, der Leviathan hat uns verschlungen. Die gute Nachricht ist, er bringt uns in die Schatzkammer. Aber die beste Nachricht ist, du erinnerst dich an mein Schoßtierchen, Roscoe? Ich hab... Wolltest du das Fakt mehr jetzt nochmal verwenden? Ich weiß es nicht, sag du es mir. Ich glaub ich benutze es nochmal und mach den Titel einfach nur irgendwie so dich, aber nie. Ist eine Möglichkeit. Ey, nice. Eine Waffe, die ich tatsächlich benötigen kann. Nice.